. 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 Ach du Scheiße. So verstanden. Okay, dann hole ich glaube ich nicht, oder? Oh, hast du eine LZ eingezeichnet? Ja, ja, hab ich schon. Okay, ich wollte nur fragen. Nicht, dass ich es über irgendein See oder so. Bist du bei Alpha denn? Nomi, wie sieht der Plan jetzt aus? Wir landen bei euch bei Alpha. Und dann würden wir zusammen vorwürfen. Alles klar. Also Dior, Bounty Hunter und Panda befinden sich an einem Eingang der Kuppel und können den decken. Wissen aber, dass dahinter ein MG Schütze steht. Ja, zunächst fließt ihr den großen Tollm ein. Ich wiederhole, zunächst fließt ihr den großen Tollm ein Ende. Kommand ist jetzt gelandet und eingeflossen von unserem West. Wir befinden uns östlich von euch. Ist die Lager in der Kuppel? Also, auf die Tür, auf die wir schauen können, da hinten gerade ist ein MG Schütze, den habe ich schon gesichtet. Mit Granaten kommt man gegen den auch nicht an. Ich habe eine Granate direkt vor die Tür gelegt und das funktioniert nicht. Hier, was ist der hintereingang mit dem westliche Eingang? Was habt ihr da? Infos? Bis dahin sind wir noch nicht vorgetrunken. Der Osteingang ist offen. Da könnte man eventuell schon mit dem Small auf den Funkwagen wirken. Ja, checkt. Ich habe in ca. einer Minute Einblick auf den Osteingang. Bereich vom Osteingang ist übrigens frei und sauber und fein. HMG-Position mit Deckungsrichtung eingezeichnet. Sim-X noch an? Sim-X? Das war es mit Sim-X. Die kam aus Ost. Das ist noch eine M4. Sim-X hat ein Maschinengewehr. Ah. Sim-X. Bravo, hört ihr uns? Ja, positiv. Bravo ist auf der Frequenz. Okay, ihr seid da jetzt am westlichen Eingang, richtig? Ja, negativ. Wir sind beim Bravo-Marker auf der Map mit euch zusammen. Weißt du, dass ihr in ihr Teamlead lebt noch? Okay, warum ist der Marker von eurem Team dann ganz im Westen an der Mauer noch? Äh, wenn der Marker so ein Quadrat ist, dann bedeutet das, dass der Träger des Markers, also der Leader der Gruppe tot ist und sich nicht bewegen kann. Also, Bravo und Alpha Leader sind ausgeschaltet. Okay, verstanden. Dann macht jetzt bitte der Diode eine neue Gruppe auf einfach, sodass die Marker wieder stimmen. Das ist verwirrt irgendwie. Äh, negativ. Ich hab kein Dynamic Group Dingsbums. Okay, ist klar. Ja, egal. Ist das ein Plan, oder? Was wollen wir machen? Ähm, was ist jetzt davon? Wir nehmen den Westeingang. Die anderen Jungs hier neben dem Westeingang. HMG nehmen wir wohl den Westeingang wahrscheinlich eher nicht, ne? Schwere Maschinengewehr zählt auf den Westeingang. Man kann natürlich ablenken, klar. Das können wir machen. Ja, ne, Smoke, ne? Dicke Smoke. Macht beschießen, Smoke, äh, Vollmagazin reinbolzen. Klingt mal im Plan, okay. Äh, einfach draufklicken und dann Arm eingeben und dann Enter drücken. Äh, Bounty Hunter erstellt ne Gruppe für McDiode, Panda und, ähm, Bounty Hunter. Ja, haben Sie verstanden. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Alpha und Bravo gerade vereint, oder? Okay, Simix ist nicht mehr da. Wir sollten Frequenzwerks machen. Ja, positiv. Alles, was wir in den letzten 5 Minuten gesagt haben, ist wahrscheinlich jetzt schon compromised. Neue Frequenz auf der Karte. Neue Frequenz. Jupp, check. Sie hört auf der neuen Frequenz. Panda auf der neuen Frequenz. Ja, bauen Sie hier auch. Okay, wunderbar. Äh, Simpil und ich werden mal versuchen, den, ähm, Geschützen am Westeingang abzulenken. So, dass ihr vielleicht durch den Osteingang, äh, einfließen könnt. Äh, der MG-Schütze dürfte keine Sicht auf den Südosteingang haben. Okay, so verstanden. Wir sollten Xivit und ich, also Command komplett ausfallen, dann, ähm, in irgendein Charlie's Kommando. Mehr gibt's auch nicht mehr. Ja, dann passt das doch. Da sollen wir jetzt, Charlie soll Richtung Osteingang fließen. Von der Kuppel her. Und das die ganze Zeit um die Kuppel. Ja, klar. Osteingang ist offen. Ich nehm den Eingang. Okay, ich springe rüber und deck von anderem. Okay. Ähm, halt, halt, halt. Ähm, im Norden war wahrscheinlich ein Schütze. Okay, wir müssen... Okay, Eingang, Osteingang ist von schweren MG bewacht. Wenn er zu Frank rein dürft, da vorne. Der Idiot. Okay, Nomi ist down. Oder? Ähm, nicht tot. Ja, was ist das, oder? Ah, doch, okay. Nein, nein. Ach krass, die stehen da wirklich komplett... Guck mal, wie einfach das gewesen wäre. Wir hätten es halt von Anfang an schon ausschalten können. Wir waren sogar auf der richtigen Position. Guck dir mal an, wo der Funkwagen ist, und dann zur Position unseres Humvees. Und wenn das... da war das Tor noch offen. Jetzt merken sie, dass noch jemand im Turm ist. Scheiß. Ist halt wirklich so... Ja, man muss wahrscheinlich ein bisschen mehr durchwärts laufen. Ja, aber hey, schau mal. Wenn sie jetzt, wenn sie jetzt richtig gehen, zum anderen... Oh, die Kanate! Oh Gott, die war falsch geworben. Oh je. Oh mein Gott. Was für genützig. Ja, die wissen halt nicht mal annähernd, wo die drinnen stehen. Ja, ja. Der vom Turm, der ist cool. Der schießt auch voll in den Rauch rein, ne? Ja. Ja, ein bisschen Unterdrückungsfeuer. Ist der auch da an, oder wo ist der? Ach, da ist der, wird okay. Ja. Hat der wohl erst den zweiten gedrückt, oder wie? Ja, ja. Im Turm. Ach, krass. Aber beim zweiten Mal muss er wenigstens nicht die Pistole nehmen. Hat er wieder in einem 4 gehalten. Ja. Oh, heftig. Also, ob Ford bisher wieviel verloren? Zwei oder drei? Mehr. Hier. Hier sind sie noch. Ist der eigentlich, wo der Funkwagen steht, Nomi? Ne. Nein doch, man hat's gesehen durch die Wand durch. Ja, du hast es gesehen, nice. Jetzt bewegen sich alle vier weg, der Funkwagen kommt runter. Oh, sie laufen an Velis vorbei. Oh, der fehlt erst den Rücken, ne? Oh, oh, oh. Wie viel Prozent haben sie eigentlich gesandert? Nicht so viel, oder? Die haben ziemlich stark. Ich glaube, jetzt sind sie schon bei 60. Ja, genau. Die wenigstens Dauer haben sie gerade anders. 70 haben wir da reißen. 70 haben wir da reißen. Es ist gut, dass Velis jetzt wieder reingeht. Weil dann laufend Blut läuft Blufor eventuell. Geteilterweise jetzt am Turm. Und, ja. Nein! Oh Gott, nein! Oh Mann! Nein! Ja, ist das Gewehr. Ganz klar. Hat sich nicht angemeldet, hatte das Gewehr von Blufor. Hat sich nicht angemeldet, hatte das Gewehr von Blufor. Hat sich nicht angemeldet. Sehr schön vor. Sehr schön vor. Ach, Spaß. Ernsthaft? Wie traurig. Das ist herrlich. Eigentlich erschossen. Sehr schön. Nein! Velis, hattest du dich angemeldet? Wohin? Über Funk? Dass du runter kommst und vorbeigehst? Ich habe die Frequenz verloren. Ah, schade. Wohin sie gewechselt haben. Da gab es Armys auf der anderen Seite. Die habe ich zum Teufel gejagt. Ja, mehrmals auf jeden Fall. Die haben mir gesagt, Velis, wir haben Frequenz gewechselt. Ich habe gesagt, leck mich. Naja, genau. Da hattest du die Quittung bekommen, weil mit einem feindlichen... Also pass auf, mit einem Army-Gewehr, wenn du um die Ecke wiegst, würde ich dich auch sofort erschieben. Als ob ich die Uniformen unterscheiden könnte. Ja, aber ich war der einzige im Westen, meine Güte. Nein, nein, nein. Ich glaube, das ist ganz klar dein Fehler. Du hättest dich wenigstens markieren können. Nein. Weil wenn du dir die Uniformen anguckst, das ist nicht dieses weiße... Eigentlich wird das verboten werden. Was denn? Uniformen austauschen, das gibt es nicht. Du hättest dich nicht müssen. Wer hat das denn gemacht? Ne, ne, das ist einfach, hm? Wer hat das denn gemacht? Ich habe die Uniform ausge... Klar, habe ich feindliche Uniform genommen. Ach, ach, sogar feindliche Uniform, hattest du? Und dann wurde das... Oh, ja. Ich hätte in den Markierungen auch nichts mehr gebracht. Ei, ei, ei. Wenigstens über Funk, Velis. Ja, aber ich wollte die flankieren, die waren im Norden. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Du hast echt gut gespielt, nur dieser letzte Move. Aber... Richtig, richtig gute Arbeit, Velis. Im Turm auf jeden Fall, ja. Ja, auf jeden Fall. Richtig gut. Du hast uns, glaube ich, alle rausgeholt. Also, Miet, weißt du was? Was dann? Wenn ich diese Reden höre, dann denke ich, dass Simrex da voll gut reinpassen würde. Simrex? Ja, ja. Ja, der würde auch mal richtig gut zwischen Ruschen da passen hier. Ja. Weißt du was? Du kennst uns doch gar nicht. Wenn ich euch so reden höre, dann... Dann weiß ich das ja so. Ah, von der ersten Impression sich von... Intern reden da waren wir. Ja, vom ersten Eindruck her. Ja, wir beschimpfen uns alle auf Russisch gegenseitig. Ja, das machen wir jetzt auch gut rein. Nein, Quatsch. Das macht nur der Danke, wenn er kommentiert und schlechte Laune hat. Ansonsten sind wir alle nett. Ui, ui, ui. Nein. Nein, das ist doch falsch. Nein, das ist doch falsch. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Aber hat nichts gebracht. Hat er jemand in der Wiss? Nee, gell? Na ja. Zumindest auch das Ding. Der Falsche geschossen. Nein. Der Falsche. Geil. Warten sie alle aufs Signal. Oh, scheiße. Ich hätte ihnen umbleiben sollen. Guck mal, die gehen alle über diesen Eingang. Ja, ja. Ich dachte, die stürmen schon die Gruppe. Aber ich dachte, die wissen, dass das der Falsche... Also, dass der links stehen muss, der Punkt war. Ähm, ja scheinbar haben es nicht alle gesehen. Die freie Kamera, da steht Kürzel daneben bei mir rechts. Was ist die nochmal? Ähm, Pfei nach oben. Alter. Ich dachte, da fällt bei mir... Äh, es geht, ja, danke. Aber da fällt die Kanzleinblendung nach rechts. Weil es nicht gebunden ist, weil da keine... Also, das ist... Oh, ein Spectator-Channel. Was? So was geht? Ich bin ganz kurz alt. Ja, hab ich letztmal auch gefunden, um so einen eigenen Channel zu bequeren kannst. Tobi, was hältst du davon, wenn man, äh... Barscheid mitgehören könnte? Zaid will sowas basteln. Das hab ich nicht gesagt. Ich hab gesagt, ich hab's angefangen. Gibt man was? Aber doch, ich kann's ja schonmal machen, wenn man... Wenn man den Sprachstil mithören könnte. Als Spectator. Ähm, wenn du mir sagst, wie's geht. Äh, Zaid, deine Idee ist, wenn Spiele... Es geht nicht anders. Es geht nur so. Ich hab alles aufprobiert. Ähm, das... Kannst du dich an dieses Hammer World Event erinnern? Ja. Ja, so unsichtbare Zeus meinst du? Ja, äh... Ja, unsichtbare Spiele, die du einfach da drüber setzt. Äh, auf die Kameraposition quasi. Ja. Und diesen gibst du dann einfach keine Kollision und machst ihn unsichtbar. Du musst einfach nur den... Ja genau, du musst einfach nur den Player an die Kamera attachen. Was anders kannst du nicht machen, weil du bei TVRs nicht umstellen kannst. Er hat's in einem Video hat uns mal gezeigt, dass du... Dass du... Dass die Zeus-Kamera das hat. Aber... Ich hab nie rausgefunden, wie er es macht. Mathek stirbt. Mathek stirbt? Nein. Mathek stirbt. Er wurde angeschossen. Von... Oh, das ist eine Aufstellung. Guck mal. Die stehen alle da. Reicht eine Granate. Ja. Die blauen. Oh, sie stürmen jetzt. Und, ähm... Vielleicht, Nomi, ich mir überlege... Also, ich hab schon mal angefangen, sonst... Es ist ein kleines Spectator-Modus. Ähm... Wo man auch sowas mithören kann und dann... Aber... Das muss ich machen. Ähm... Mir gefallen die Spectator-Modus bisher alle nicht. Boah! Drei ist viermal getroffen! Ja, mir halten wir auch nicht... Was? Er wurde ja viermal... Zwei mal getroffen. Aber schau mal, von... von... von dort... Hier sieht das Ding jetzt. Haben sie noch eine AT? Guck mal... Oh ja, er packt sie raus! Oh je, jetzt geht's. Jetzt muss er sie treffen. Jetzt muss er sie treffen, Alter. Boah, Alter, das ist ja... Oh oh. Der Schuss des Jahres. Oh, der hat... Nein! 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 Alle sind in den Zylinder voraus. Ja, er hat in den Zylinder getroffen. Ja, er hat in den Zylinder getroffen. Ah, sehr gut. Das ist schon jetzt vorbei. Noch spannender jetzt. Mal jetzt Schaden so draufzuschließen, oder? Aber guck mal, hätte ich den Turm geblieben, ne? Die hätte ich alle mitgenommen. Ja, ja, ja. Aber die haben ja dann auch gecheckt, dass im Turm drin war's. Also... Also... Ja, aber nur bei... Warum haben die das nicht geklärt? Das ist knapp. Dass ich probiert hätte, wenn durch die Weint die Hälte in der Action zurückkommt. Wenn jetzt... Wenn jetzt Diot mitge... mitgehört oder aufgepasst hat, dann wüsste er, dass ich noch einen Anti... einen AT-Schuss dabei hätte. Also ich fass uns gar nicht mit normaler Munition. Aber das... Geht das überhaupt? Ja, das... Nee, reicht nicht. Ja, ja. Ich glaub schon, wenn man lange genug schießt. Die Damage haben die... Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Es gibt aber einen Ort, wo es noch einen Regenenschuss gibt. Und das ist der Humvee, der lebt noch. Ja genau, Humvee lag auch noch drei Schuss drinnen. Die Utholding gerade. Macht er das echt? Ja. Oh, nice. Da, wo einer rennt. Zum Humvee. Und der ist ja... Ah nein, jetzt sieht er's... Ah, er dreht rein! Nein! Was ist passiert? Was ist passiert? Er ist umgedreht, er sieht die Stelle jetzt nicht, wo er direkt drauf schießen könnte. Achso, Anteil mir hat keine Räder mehr. Stimmt! Ja, aber das ist ja egal. Was, warum hat der keine Räder mehr, was ist da passiert? Ja, aber da ist der URZ vorbeigekommen. Der mich auch angepickt hat, der hat alle Räder weggemacht, so ungefähr. Aber er guckt, ob jemand Munition dabei hat, oder? Um AT vielleicht noch drin ist, oder so. Ja, im andern ist 100 Pro noch AT drin. Im andern ist 100 Pro was drin, das weiß ich ganz genau. Einem ist AT drin. Und bei mir... Ich krieg da ja aufm Dach, da ist auch noch AT drin. Jetzt rennt er zurück. Nein. Ja, weil er zum andern will und beim MD nicht vorbei will, oder? Ne, er rennt ganz zurück. Ne, boah. Oh, da hätte ich vielleicht gesehen, dass man direkt drauf schießen können von dort. Boah, so... Ah, ne, so hast du ja auch schon. Ah, die knapp immer. Ja. Die gewinnen es durch Funken wahrscheinlich, ne? Oh nein! Sie wird still! Warum? Alter, spielen wir noch ein Spiel? Ja, klar. Ja, ja. Ich bin gerade der Bahn gelaufen. Ich bin nochmal kurz weg. Jo, jo. Ja, ich... Na, wir haben mal Neustatten schneiden. Gleich. Was hattest du dort gemacht? Er wird mit dir das Mann geschossen. Achso. Dafür hat er doch freundschaftlich verbunden. Ja, jetzt ist halt die Frage, wo bekommt man den goldenen RPG-Schuss her? Oh, guckt euch den Bad Horse an. Der guckt jetzt da aus der Tür raus. Konfrontiert sich, aber sie gehen alle in dem Moment zurück, krass. Das erste Mal, dass wieder ein bisschen Spannung kommt. Ja, wohl. Hat er. Hat er. Hat er's? Nee. Oh, oh. 90% fast. Doch, er hat doch einen Launcher, oder nicht? Doch, er hat einen. Nächster Versuch. Ja, A10. Er hat einen. Was hab ich verpasst? Ja, sehr gut. Ah, sehr nice. Ja. Haben den erwischt? Krass. Krass. Oh, krass. Sehr geil. Ähm, jetzt wenn ihr raussucht, seht ihr, wo jeder gestartet ist, und dann seht ihr auch, wo die Leute langgelaufen sind. Also quasi ein kleines Replay. Holy shit, wo seid ihr denn gespawnt? 2 Kilometer weg? Genau um uns herum. Jaja. Jaja, man spawnt immer um euch herum, so 3 Kilometer oder 2 Kilometer kann man einstellen. Ah, okay. Verstehe jetzt. Weil sonst müssten wir einmal komplett über die Map laufen, das wär... Ja. Ja, mach ich sogar. Also ihr könnt quasi auch, wenn ihr gut seid, einfach riechen, wo wir sind, oder? Also... Ja, haben wir einen Heli dann gemacht. Der Heli hat euch instant gesehen und dann sind wieder alle hinten. Ja, okay. Wo, selbst wo ihr noch nicht gefunkt habt. Boah lecky, der Heli ganze Zeit kreist. Warte. Oh, es hängt zwar. Jetzt hängt. Ah, gelbe Kette hab ich auch. Ist das selber abgeschnitten? Ich hab noch keine gelbe Kette, aber... Ich hab ne rote Kette mittlerweile. Das geht wieder. Mit MM drücken? Okay, das ist gut. Mach durch. Ah, hier. Ja. 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 Ja.